Einen floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video schalten wir das nächste Item Bundle frei. Das letzte Mal hatten wir bzw. habe ich von iOlic das Panda Peaks Bundle freigeschalten und ich habe es heute geschafft endlich das Item Bundle von Stanplay, also hey Stan einzulösen, wie er ja auch gefühlt überall als auf YouTube heißt, warum auch immer. Aber ich brauche jetzt nur noch das Repass Bundle und da ist halt die Frage, wie bekomme ich das? Ich schaue zwar die Streams aktiv, aber ich weiß eben nicht, wann die Codes ablaufen, weil meinen Infos nach macht Repass sein Bundle nicht billiger. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, wann die Bundle ablaufen, die Codes dafür. Ich bin nämlich aktuell noch nicht mal bei 50k und man braucht jetzt 200.000 für das Bundle. Das wird ein bisschen schwierig, wenn ich nur einen Monat dafür Zeit habe. Und da ist das Banner Symbol. Dann hey Stan Tomate und das hey Stan Spray. Ist da wo es Tag ist? Ach stimmt, Star Wars Items sind ja wieder drin. Stimmt, 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 stimmt. Und der Omega Ritter ist auch drin. Den werde ich mir wahrscheinlich kaufen. Dritter Juni, April, Mai, Juni. Ist ja schon nächsten Mal. Ich glaube, ich werde mir das Teil holen. Und mal ausrüsten. Weil Battle Pass Level gehen immer. Und ich bin jetzt nicht der aktivste Fortnite Spieler. Von daher. Ja, was gibt es denn hier noch? Scarlet Witch kenne ich nicht. Gibt es hier noch was? Oh, Emote sind immer gut. Vor allem, wenn die nicht funktionieren. Okay, ja. Ich brauche auf jeden Fall noch dieses Backplink, wo man das Banner Symbol als Rückenaccessoire haben kann. Dieses Solo Ding. Wenn das wieder in den Shop kommt, dann brauche ich das auf jeden Fall. Habt ihr euch den Omega Ritter geholt? Beziehungsweise habt ihr das Repass Bundle schon? Schreibt es gerne in die Kommentare und wann die Codes ablaufen, wenn ihr das wisst. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao. Leute. Bis zum nächsten Mal.